Okay, Leute. Willkommen zu einer neuen Folge. Dein ist okay. Ich werde jetzt jeden einzelnen Boss in den jeweiligen Ländern töten. Das werde ich alles auch aufzeichnen, keine Sorge. Damit ich dann in Afrika weitermachen kann. Äh, okay. Ähm. Okay, war schon klar, dass sowas kommen muss? Okay, war auch klar. Okay. Dein ist voller Luft. Ich werde mich jetzt gerade bearschen. Oh, was sollst du nur tun? Ich lebe noch, aber das Dino ist tot. Hallo, Sauros. Keine entscheidende Aktion. Super Alpha Saur... Äh, irgendwas. Äh, was sollst du nur tun? Oh, okay. Ich habe gewonnen. Okay, noch nicht. Mal sehen. Okay, ich habe gewonnen. So muss es sein. Und was jetzt? Ähm. Ja, das war einfacher, als ich dachte. Du hältst ein Steifen mit und so ist geliebtes Schwimmbrille zurück. Einen Tag, jetzt werde ich euch schon noch fertig machen. Wartet bloß mal ab. Hm. Alles klar, ich habe einen Steifen mit und auch Zoys Schwimmbrille wieder. Oh, wow. Okay, hier die Dino-Pistole und los geht's. Zurück zum D-Labor. Zoä wird sicherlich glücklich und zufrieden sein, Mike. Klare Sache, schließlich Zoe. Nicht die gleiche ohne ihre Schwimmbrille. Okay, wir gehen jetzt auch wieder zurück, wie die gesagt haben. Teleporter. Aber erst mal gehe ich mal da hin. Hey, Max, Mike, ich bin ja... Wie viel habe ich denn? Restaurierungsraum. Wir machen mal das jetzt. Ich habe eigentlich längst das Spiel vorbei. Äh, schon durch. Du bist fertig mit dem Säubern. Ja, okay. Komm, behält dich. Ich habe auch nicht alle Zeit der Welt. Habe ich hier ein Dino bekommen? Oh, einfach Delophosaurus. Oh. Nein, den behalten wir. Okay, äh... Teleporterraum. D-Labor. Wir geben das mal Zoe zurück. Was sagen Sie? Was sind die Akte? Was? Anscheinend haben die Akte gegen Postel, die Akte das verlassen. Zuerst ist dein Glück. Ah, okay. Okay. Wir haben vielleicht nerven, solche Sachen einfach mitzunehmen. Ich meine, wenn nicht so. Kann man nun mehrere Orte besuchen? Okay. Ja, komm. Eurotown. Hä? Warum bin ich jetzt hier? Okay, wir sehen uns beim nächsten Boss. Okay, dieser Ort war auch einmal ein versteckter Alpha-Game. Das muss ich dir lassen, Mike. Was für ein Gedächtnis. Das ist doch gar nichts... Äh, nichtsdestotrotz haben wir jetzt was zu tun, äh, was zu tun. Lass uns reingehen. Lass uns schleunigste Steinklut und so jetzt Zeug abholen. Also, wenn ihr wissen wollt, wo ich jetzt gerade bin... Ich bin hier. Und wir sehen uns beim Boss. Nachdem ich mit denen hier geredet habe, das Dino, äh, schick ich für ihn, aber die Haltung ist generell überall. Ebrigens, siehst du die auch, Fisch und Säuberwurst? Ja, das hast du mir schon einmal, als er, das weiß ich noch. Okay, wir sehen uns gleich wieder. Okay, weiter geht's. Ich hab nochmal eure Dank analysiert. Diesmal werde ich nicht der Verlierer sein. Okay. So, ihr Schatz, wirst du mir niemals wegnehmen oder so. Hab ich ihn besiegt? Nein, noch nicht. Okay. Okay. Okay, gewonnen. Guter Raptor. Den hatten wir noch nicht. Was soll's nur tun? Okay. Du bist besser als ich noch. Ich versuche jetzt mit einer anderen Aktion. Okay. Gar nichts von der Luft. Okay. 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 Aber jetzt hab ich ihn besiegt. So muss er sein. Zu wenig Geld krieg ich von dem. Hm. Explosion ist klar. Diese letzte Sation hat den Unterschied gemacht. Du hältst den Stamm und Haarspange zurück. Okay. Wenn ich ein bisschen mehr glänterte, hättet ihr mich nicht schlafen können. Das nächste Mal seid ihr dran. Alles klar, die Idee. Ich habe einen Schleppchen in dir. Ähm. Ja. Warum ja die Kollektion. Ähm. Bestimmt wollte er daran riechen. Ist ja pervers, Link. Ähm. Ach ja. Kurz noch was zu erzählen. Mal kurz fragen, ob er jetzt eher irgendwer irgendwas gibt dafür, dass jetzt... Wie viel Witz noch von mir, Mann. Ähm. Du, was sagst du jetzt? Ach, hier muss er die Mushmosch da rückgeben, bei dem kleinen Kind da. Hier. Okay, dann habe ich das auch erledigt. Ich frage mal nach, ob irgendwelche Neemissionen hier sind. Okay. Okay, anscheinend nicht. Oh. Okay. Jetzt gucken wir mal nach. Wie kam mir alles hier aus? Was ist das für ein Dino? Okay, äh, nachdem ich die, äh, alles ausgegraben habe, gehe ich nach Gobi Village, um da zu sehen, ob da irgendwas ist. Ah, ich krieg's ein, äh, Alpha-Voher-Sauros. Nein, will ich nicht. Ach ja, um in die anderen Länder zu gehen, wie Australien oder Südamerika, hat man, was man machen muss. Weil man hat regelrecht gezwungen, mit jedem Land, alle Dinos zu finden, die da sind, auszugraben und restaurieren. Und dann kann man erst nach Südamerika und Australien. Aber das werde ich nicht machen. Ich hab keinen Bock, jetzt überall rumzugraben, um mein Glück hier zu versuchen. Irgendwelche Dinos zu finden, die ich noch nicht gefunden habe. Äh, äh. So hobbylos bin ich noch nicht. So hobbylos bin ich noch nicht. Nee, nee. Ja, komm, beil dich. Was hab ich für ein Dino von den kleinen Jungen bekommen? Okay, der ist neu. Danke schon, kleiner Junge. Und wir sehen uns in Gobi Village wieder. Okay, neuer Ort in Gobi Village. Und ich hab die ganzen Leute gefragt, es gab keine Mission, die ich machen kann. Hey Mike, ich kann mich an diesen Ort erinnern. Der, äh, die Alpha-Voher-Sauri war das letzte Mal hier. Wow, Max, ich wusste gar nicht, dass dein Köpfchen auch Informationen speichert. Ausch, das war jetzt nicht nötig. Entschuldige, ich mach nur Spaß. Komm, wir durchsuchen den Wald, wenn das hier hilft. Und wir müssen uns jetzt bis dahin kämpfen. Also ich nur. Wir sehen uns beim Boss. Okay, weiter geht's. Ja, ich bin's wieder. Bereit wie ein neues Kräftemisten, Mann gegen Mann. Ja. Ein Neosaurus. Und das sieht hässlich aus. Damit kommst du nicht durch. Ja, du gehst auch nur mal sicher. Ich auch. Hm. Kampf gewonnen. Zeichern, ja, ne, 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 ne. Jetzt oder nie? Keine, dass wir die Luft kommen. Der hält mich gut so. Oh, okay, gut gemacht. Schass muss er, ups. Jetzt oder nie. Mit 60 ist das alles leichter. Kampf gewonnen. Warte, dann hab ich den eigenen Part der Sonntag schon fertig jetzt. Also den Part lade ich jetzt gleich hoch. Da habt ihr mir eh wenigstens das, was da gucken. Diese letzte Aktion hat ja noch... Ach, lass die mal einen anderen Satz mal unter. Du hörst einen Steinvermeldung und so ist geliebte Bauchtasche zurück. Du bist meine Erzfeind. In den nächsten Tagen können wir noch eine offene Rechnung begleichen. Vergiss das nicht. Hm, großartig. Okay, ich hab eine... Hier, David, los geht's und drückt jetzt so witzig. Oh ja, aber warum wollten sie ihre Bauchtasche haben? Die sind alles perverse. Und wir sehen uns im nächsten Part. Beim nächsten Boss.